Joa, verehrter Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together, 20 Chimps Minecraft mit mir und Cyrus, ich bin immer noch Mental-O-LP und Cyrus ist immer noch Cyrus. Joa, das ist normal. So eigenartig wie es klingen mag und wir spielen immer noch It's Better Together, so nennt es die Map. Und hier haben wir lustige Wasserpassagen, die man in der letzten Map schon gesehen hat, das finde ich richtig epic. Das hast du gerade Wasser gesagt, wir haben eben, also letzte Folge in Schildern gelesen, dass das die Flüssigkeit in chemischen Toiletten ist. Das sieht aber aus wie Wasser. Boah, sag was du anmachst. Ja, du kannst auch sprechen mit mir, das ist kein Ding. Ich will nicht mit dir sprechen, tut mir leid. Wir reden hier im TS zusammen, das ist jetzt... So, zwei Versuche hast du noch. Ach, ich muss hier noch gar nicht drauf. Okay, stehst du wieder oben? Ja. Äh, Wasser? Äh, Wasser? Äh, da. Fail. Einen Versuch hast du noch. Das ist, das ist doof. Das ist so ne Glückssache. Ja, das ist so halb Glück. Was hast du? Hallo? Ja! Mit dem Mini-Ding. Wie geil, ey. Okay. So epic. Nein! Zu früh abgesprungen. Aber du hast es mit dem Mini geschafft. Ja, ich hab Skill. Ich hab Skill. Das Mini-Ding sah auch aus meiner Sicht sehr geil aus. Ich hab noch Skill wegen dem letzten Raum. Ich hab jetzt für ewig deinen Respekt, Mann. Ja, ja. Total. Hab ich echt? Schaffst du auch nicht so ein Mini-Ding? Ich hab nicht dran gedacht, dass das stimmt. Ich war noch nicht bereit. Das war fies. Ich will auch nicht das Mini-Ding. Ich will die Große. Ich will nämlich auch noch weiterkommen. Spacko. Oh, ein Versuch noch? Ja, das ist... Gute Quote bisher? Nee, der Mini-Ding, das Mini-Ding zählt nicht. Okay. Ich seh so deinen Namen, wie er sich nicht bewegt. Bereit? Jo. Ich steh drauf. Ja. Und? Wo bleibt das Wasser? Verdammt. Ein Versuch noch? Ja, einer noch. Und jetzt... Epic Mini-Ding. Alter, wie viel muss man davon schaffen? Ich versuch das Mini-Ding. Komplett durch. Nein, schaff ich nicht. Okay. Das Mini-Ding ist epic. Wer das schafft, ist Skiller. Ja! Sorry, tut mir leid. Hier, Bro! Ich hab nicht dran gedacht, sorry. Failer. Warum rennt der nicht? Bist du behindert? Aber mich hügt's am Ohr. Muss ich mal kurz kratzen? Soll ich den denn kratzen? Nee, das kann ich schon selber. Man kann auch einfach auf den Dingern stehen bleiben. Dann kommen die immer wieder. Dann kannst du das Perfekte nehmen. Ja. Dann warten wir mal aufs Perfekte. Perfekte. Die sind auch alle so unterschiedlich. Ja, die sind. Du musst schon irgendwann springen. Hallo, jetzt spring. Du machst mich hier gerade etwas aggressiv. Boah. Was kann ich denn dafür, wenn du einen Doppelsprung machst? Warte, ich muss kurz jucken. Alter, wir auch mussten schon auf 1, 2, 3, 4, 5 Sprünge. Wir haben, glaube ich, das Beste, was wir geschafft haben, waren 3. Oder 2. 2. So, next. Lass es bitte kein Mini-Ding sein. Nee, nee, ich bleib immer drauf stehen, deswegen. Aber du hast die Mini-Dinger ja auch schon geschafft. Komm, du machst das jetzt. Wenn wir sehen. Gut, gut, gut. Boah. Alter, ich trinke jetzt einfach nur das Shift, weil ich da drüben bin. Herzinfekt, Alter, gerade. Ich aber auch. Huah. Ah, Shift. Sauber, komm, du schaffst das jetzt. Ich glaube an dich. Ich auch. Los, komm, gib's mir. Alter, ich sehe es jetzt kaum. Hier. Geschafft? Ja. Sauber. Oh, ich habe es gehört. Dieses klagende Schöne rauschen. Oh, ich muss jetzt mal meinen Minecraft-Zauern ein bisschen lauter. Man muss übrigens sagen, du bist so ein bisschen durchnässt und... Oh, warte, bleib mal stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib so stehen. So, ich wollte hier nur die Kacktus-Kotz von der Schulter schlagen. Achso, dankeschön. Jo, kenne dich. Ich sehr nett. Oh, moah. Block mich doch nicht, moah. Mach's gut. Weißt du eigentlich, wie viele Kammern die Map hat? Nee, ne? Ich weiß nur, dass andere dieser bis zu elf Parts oder wahrscheinlich sogar noch länger. Okay. Slime... Z-Time... What the fuck? 10... 1000... Ach, oh. Slash... Add... Nee, time add, ne? Ist das? Äh, keine Ahnung. Ich glaube schon. Jupp. Okay. Und weiter geht's. Jao. Ich bin aufgewacht. So. Number 10 is too big for my screen. We gotta move to the testrooms with the bigger screens. Geht da. Ich weiß es nicht. Ein Fragezeichen. Ist das ein Fragezeichen teilweise? Oh, oh. Ich hab Angst. Die testrooms with the bigger screens. Ich bin unten. Hä? Was waren da jetzt in der Testen gerade? Keiner. Das war anscheinend einfach nur das Schild. Achso. Hast du schon Pen gelegt, ja, ne? Jo, gerade eben. 10. Ja, okay. Hier ist 10. Ja. Sieht auch ziemlich epic aus, immer. Ach du Scheiße. Hier muss man mega viel machen. Hier steht 1, 2... Okay, das geht weiter. Hier steht jetzt erstmal nichts. 1 bis 9. Hier steht trotzdem erstmal. Ja, ich wollt nur... Meiner Seite ist 1 bis 9. Ja. Ah. Much better. Ach, hier steht was. Oh, sorry. Much better. Sei leise. The next test has all... There is a lot of buttons. Don't search for the button that calls for help. Because it isn't there. Und jetzt hör auf den... Ah. Jetzt müssen wir gucken, was wir hier machen müssen. First number, second number, third number. Jetzt müssen wir den richtigen Key wahrscheinlich einfach rausfinden, ne? Gibt's irgendwo Hinweise? Äh, nö. Aber hier geht's nach oben. Auf jeder Seite. Wo? Oh. Okay, dann geh ich mal mit, weil ich will mir das auch mit angucken. Vielleicht bin ich ja auch der, der den Funken der Lösung. äh, zu dir bringt. Oder andersrum. Wer weiß. Oh, guck mal, drück mal First number. Okay, einer muss drücken. Äh, du nimmst auf, dann drück ich damit, äh, die Zuschauer sehen. Also, die erste Nummer. Oh, sieben, das ist ein bisschen wie mit Lotto hier. Übrigens, weißt du, was ich grad mache? Ja, sag's mir. Zeig dir Mittelfinger. Ja. Total. Äh, ich drück mal die Eins. Ich drück mal die Eins. Nein, du musst hier unten am Block First Number drücken. Achso. Okay. Warte. First Number ist ne Drei. Sagt zumindest aus wie ne Drei. Okay, Drei. Was ist dann? Second Number? Second Number ist ne Zwei. Und das andere ist ne Acht. Drei, zwei, acht. Stopp. Bleib nochmal stehen. Wir gucken die Erste nochmal an. Falls du dich verguckt hast, dann machen wir die Erste lieber an nochmal. Ja, das war ne Drei. Sicher? Ja, das war ne Drei. Dann war das Drei, zwei, acht, ne? Drei, zwei, acht. Und die Acht. Okay, hat funktioniert. Ja. Oh, war ja nicht so schwer. Wie war das? Haben die Pistons sich so verschoben, dass man dann Zahlen lesen konnte, oder was? War richtig cool. Sah richtig gut aus. Siehst du, da sind Pistons auch cool, wenn man nicht gerade an den rüberspringen muss. Jo, jo. Aber auch nur bei sowas. Au, ich hab, als später, als ich's raus hatte, hab ich's sogar, beim zweiten Versuch hab ich das geschafft. Das war ganz geil. Ich raff das einfach nicht. Ich bin da nicht, ich bin da zu dämlich für. Ich glaub, bei dir liegt es auch daran, dass das einfach lag. Du, bei dir, du läufst später los, als die Pistons angezeigt werden und so. Das ist echt ein bisschen kacke, wenn man, äh, weil ich, ich hab ja einen viel besseren Ping, weil ich ja da Serverhost bin. Hier, kommt die Elf hier. Bist du ruhig. Nice job, Test Elf. Test Elf. Test Elf, Test Eleven already. I guess you got more brain. Then a brain pie. Bam, ba-dam, bam. Brains. Brains. Brains pie. Perfect. Cake to the Nate. Kuchen zu spenden. Kuchen, ich brühe, Kuchen. Oh mein Gott. Hier hat einmal komplett hier rum, guckt, ob hier irgendwas ist, was man... Oh, hier ist nix. Okay. Ich kann mir vorstellen, was hier komplett rumgelaufen. Noch nicht. Wir müssen jetzt anscheinend den Goldblock... Die Goldblöcke... Den Goldblock... ...in das Loch. ...in das Loch. ...meißen. Wo haben wir denn Schalter? Ah, höchstwahrscheinlich oben. Ach, okay. Äh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber einer muss gucken. Du gehst wieder gucken, ne? Ich geh gucken. Oh, fuck, Alter. Wir müssen uns jetzt verständigen darüber, ne? Jetzt bräuchte ich nen Live-Screen von dir. Öhm, äh, Stream anmachen? Nein. Stehst du unten? Ich stehe. Nein, wir machen den nicht an. Bringt das was? Äh, was war das jetzt? Drück den nochmal. Welcher ist denn das? Die Eins. Äh, nee, der ist der scheiße. Das ist kacke. Okay. Drück den nächsten. Hat er das gebracht? Der hat gar nichts bewegt. Okay, dann die drei. Der bringt auch nichts. Oh, doch, der hat was gebracht. Der nächste. Ja. So. Nee, den drei nochmal. So, jetzt? Ich hoffe, ja, jetzt, ähm, den, den, den Vierer. Den Vierer. Ja. Hab ich. Äh. Äh, wend, stopp mal, wenn ich die drei jetzt zurück mache, fährt sich der Block zurück? Ja. Okay, dann muss ich den Eis gedrückt halten. Dann nehme ich mal die zwei jetzt. Bringt nix, den Eins. Bringt nix, den Eins. Bringt nix, den Eins. Den Vierer. Den Vierten. Ja, hab ich, aber dann passiert bei... Dann den nächsten, ja, dann machen wir den nächsten an. Ja, zurück. Machen wir den nächsten an. Hab ich. Passiert auch nix. Die Acht. Ja, zurück. Und der letzte. Äh, der bringt was? Gar nix. Ja. Aber wir haben gefehlt. Äh, der Goldblock geht nicht nach unten. Wir müssen den Sandblock irgendwie wegziehen. Warte, ich guck mir das nochmal an, ja, damit ich nur weiß, was wir machen müssen. Keine Ahnung, wie wir den Sandblock da rauskriegen. Äh, mit keinem geht hier das Ding auf, wo ich jetzt rüberstehe. Das schiebt auf jeden Fall nach vorne. Äh, doch, mit irgendeinem ging das bestimmt. Aber ich weiß halt nicht, wie... Ja, dann wäre der ja schon drin. Hä? Na klar, der war doch schon. Aber der Block fällt nicht nach unten. Der Goldblock fällt nicht nach unten. Der Sandblock müsste dahinter. Aber den Sandblock kann man doch gar nicht ziehen. Ja. Ich hab auch keine Ahnung. Vielleicht hat das was mit dem Goldblock zu tun. Warte mal. Ähm, wenn man den Goldblock da vorsetzt, man zieht da ran. Wird der mitgezogen? Nein, der wird nicht mitgezogen. Äh, war der von Anfang an da? Oder hat der sich mal bewegt? Der Sandblock war die ganze Zeit da. Muss man mal kurz überlegen. Würde mich mal interessieren jetzt grad. Ich check das selber nicht. Ähm. Warte, das bringt uns nichts, wenn der... Wenn... Wo könnte der Goldberg hin, wo der uns was bringt? Keine Ahnung. Wüsste ich jetzt auch nicht. Ich überleg grad auch so mehrere Kombinationen durch, aber... Wird schwer. Wenn der da liegt, bringt uns auch nichts, glaub ich. Oder warte. Also von hier... Wir müssten ja eigentlich einen Piston verschieben, aber das ist ja fast unmöglich. Nee, wir kommen ja in die Piston nicht ran. Ja, ja. Doch. Hier ist ein Piston, mit dem wir irgendwas... Nee. Oh, hier steht ein Piston. Was bringt der denn? Wenn wir die beiden hier wegmachen, sie mal nach hier schieben, können wir bringen uns auch nichts. Hä, das raub ich nicht. Hä. Ich auch nicht. Welche Minuten haben wir einen voll? Zwölf, zwanzig. Zwanzig haben wir schon voll? Zwölf, zwanzig. Nochmal von... Nochmal? Zwölf, zwanzig. Soll ich's dir auch nicht schreiben? Ach, zwölf. Ich hab die zwölf nicht gut verstanden. Nein, brauchst du mir nicht schreiben. Ich war schon fertig, ich hab schreiben. Warte mal. Der Block hier war, glaub ich, mit der Eins. Also hier der Piston, der hier. So, wenn du den drückst und dann den... Mach mal alle, mach mal alle zurück. Geh mal hoch und mach mal alle zurück. Ja, ist eh nur die drei. Ich glaub, mir hab ich mal um dann nicht gedrückt. Jetzt wirst du's mir nochmal angucken. So stand das am Anfang? Ja, so waren die Pistens am Anfang. Das war jetzt der Goldblock. Doch, die zwei sind zurückgegangen, ne? Die zwei und der hier hinten. Ja auch, okay. So, wenn wir's jetzt hinbekommen, keine Ahnung. Ach, sorry, musste grad gehen. Einen Moment, so, jetzt bin ich wieder da. Ähm. Ja, ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht, aber ich will, ich will gerade nochmal überlegen. Wir müssten ja eigentlich mit irgendeinem Piston einen anderen Piston schieben. Aber ich wüsste nicht, wo das gehen sollte. Warte mal. Das hier hinten sind keine Sticky Pistons. Keine. Also die beiden hier hinten. Stimmt. So, warte mal. Warte mal. Du sagst mir jetzt, wann sich der ausfährt, wo der Goldblock grad dran ist. Okay. Nein. Nein, du hast die Klappe auf und zu gemacht. Oder Licht angemacht. Nein. Nein. Ja. So. Jetzt müssen wir den... Jetzt müssen wir... Äh, okay, jetzt müssen wir... Ich weiß welchen... Versuch die anderen. Jetzt müssen wir nämlich hier den hier gegenüber, damit wir den anziehen können. Ja, genau. Das war die 1, glaub ich. Die 1? Die 1? Nein, das war die 1. So, die 1. Die 1, die 1, die 1. Ich hab die 1. Und, ja, war die 1 und zurück? Warte, müssen wir den hier wegmachen? Nein, nein, nicht zurückmachen. Drei anlassen. War das der? Ja, und jetzt die 1 zurück. Äh, zurück. So, genau. So, jetzt müssen wir gucken, womit der hier zieht. Äh, mach mal ein paar durch. Was, der? Was, mach den nochmal. Den, der hier. Da passiert nichts. Nochmal. Okay. Ja, und zurück. Das ist perfekt. Das war ja der richtige. So, und jetzt haben wir den erstmal da, wo wir gerade dachten. Kommen wir jetzt nach unten? Okay, jetzt dürfen wir alle zurück sein. Ja, komm mal nach unten. So, da hat's den haben, nämlich. So, wenn wir jetzt die 2 drücken, ne, wenn wir jetzt die 2 oder die 3 drücken, ich weiß gar nicht, welcher es ist. Oh, die 4, da müsste sich der hier ausfahren. Und macht den Goldblock kaputt. Also, wenn wir den hier jetzt ausfahren, macht's den Goldblock kaputt. Ich weiß nicht, was es bringen soll, aber wir haben es geschafft. Probier's mal aus. Alles klar. Müssen wir nur gucken. Ach, wir sind schon wieder bei 16 Minuten gleich. Ach, ich hab's, eventuell hab ich's verstanden. Probier mal aus. Wie denn? Welchen soll ich drücken? Ja, probier, mach den erstmal kaputt. Ja. Der? Nein, der war falsch. Der? Weil die 2 war's, glaube ich. 2 hat nichts gebracht. Ja, ähm, die 2, der Goldblock geht nur nicht kaputt, sondern der wird einfach nicht... Ach nee, mach einfach 3, mach mal weiter, die 3. 3 war das. Dann machst du die 1 nochmal. La, la, la. So, damit ist ein Pisten nach hinten geschoben worden. Komm mal da unten und guck dir das neue Bild an. Zieht er sich jetzt wieder nach vorne? Ne, lass den, lass den nochmal an, lass den nochmal an. Damit du genau gucken kannst, so. Ja, und wir machen jetzt an der Stelle Schluss. Okay, komm mal auf vorne nochmal an unten. Welche hätten sie jetzt verschoben? So, jetzt ist nämlich, der Pisten hier ist eins nach hinten verschoben worden. Ich weiß nicht, ob uns das was bringt, aber es ist so. Bestimmt bringt das was. Naja, egal. Wir machen jetzt hier an der Stelle erstmal Pumpe. Ich sag, danke für zugucken. Äh, ja, nächste Folge wieder bei Cyrus. Sollt ja auch mittlerweile klar sein, irgendwo, irgendwann und irgendwie. Der hier hinten ein bisschen am Rumbouncen ist. Äh, wir sind raus. Macht's gut, Leute. Danke für's Zusehen. Joho. Tschüss. Peace.